Am Montagmorgen sind wir vielerorts mit strahlendem Sonnenschein in den Tag gestartet. Entlang der Flüsse konnte sich in den frühen Morgenstunden noch zäher Nebel halten, der sich allerdings recht schnell aufgelöst hat. Mit 13 Stunden Sonne und bis zu 27 Grad war der heutige Montag noch einmal ein richtiger Sommertag. Ob das die nächsten Tage auch so bleibt, das erfahren Sie jetzt von mir in den Wetteraussichten hier bei Niederbahn TV. Bei einem sterneklaren Himmel sinken die Temperaturen heute Nacht in ganz Niederbahnen auf milde 16 Grad ab. Nur im Großen Aber ist es wie immer etwas kühler. Auch am Dienstag dürfen wir mit einer südlichen Strömung Kaiserwetter erwarten. Die Sonne lässt sich vor allem am Vormittag sehr oft blicken. Am Nachmittag bilden sich vor allem im Bayerischen Wald einige Quellwolken, die auch mal den ein oder anderen gewittrigen Schauer bringen können. In der Spitze erreichen wir 27 Grad in Landshut und Kelheim. Nachts bleibt es mit um die 16 Grad sehr mild für diese Jahreszeit. Der Mittwoch startet freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel. Am Nachmittag bilden sich aber immer mehr Quellwolken, die örtlich kräftige Schauer und Gewitter bringen werden. Der Höchstwert ist mit bis zu 26 Grad wieder sommerlich warm. Nachts wird es dann mit 13 Grad etwas kühler. Am Donnerstagvormittag regnet es vielerorts länger anhaltend. Erst am Nachmittag löst sich das Niederschlagsgebiet in einzelne Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen stürzen aber in den Keller. Wir erreichen maximal 19 Grad und nachts sinken die Temperaturen sogar auf bis zu 12 Grad ab. Der Freitag startet dann allerdings wieder freundlich. Es werden aber im Laufe des Tages immer mehr Wolken reinziehen, die vor allem am Nachmittag örtlich kräftige Schauer und Gewitter bringen werden. Wärmer als 20 Grad wird es leider auch hier nicht werden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus. letzten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020